Ich glaub die haben dich gar nicht im Visier. Die haben größtenteils mich im Visier. Die können mich so nicht richten. Wir wollen, dass die dann weiter zurück gehen. Das Problem ist, ich muss dann da unten erstmal mit Zombies kämpfen. Ja, mit Zombies, mein Gott. Was ne Axt. Ich will doch nur wieder laufen. Komm zu mir, ich hab Morphin. Und ich hätt ne Bandage. Also so ne Splint. Ich brauch ne Splint. Ja, ich hab ne Splint. Das meinte ich. Ja, geh doch in den Wald und such mal das Splint. Ja, weißt du, bis ich da oben bin, bin ich verhungert. Und außerdem, ich bin da hochgelapscht und irgendwie kann man das da nicht. Na, der Boden muss so komisch brau und stöckig sein. Ja, und das ist der da aber nicht. Kennt ihr diese Spiele, wo man mit dem Hammer auf seinem Männchen hauen muss? Ja. Die dann immer wieder, so wie Erdmännchen, die aus dem Boden kommen? Ja. Genau so ist das gerade. Ja, nur dass ihr, ihr seid nicht gerade so gut in dem Spiel, oder was? Oh, einfach. Aber ich weiß nicht woher. Nicht aus einem der Fenster. Niki, mit nem Hammer ein Erdmännchen zermatschen ist einfacher, wie mit nem Sniper abknallen. Nein. Was? Was ist? Ich war hinter der Mauer und ich bin tot. Fuck! Der war, der war vierte Ebene von oben, zweites Fenster von rechts. Vierte Ebene von oben? Ja. Der ist runtergegangen. Vierte, ein... Und welches? Zweites Fenster von rechts? Ja. Wäre nett, wenn du gucken könntest, dass du bei Kamishogo spawnst und mir einfach ein Stick mitbringst. Oh, oh, ja. Danach kannst du durchlaufen. Die gehen runter. Ich kletter gerade die Leiter runter. Genau, behalte die Leiter mal im Blick. Wird mein Sub sehen so kacke aus. Hungry, thirsty, dragster, cold. Pfff! Klasse! Fällt nur noch soakt! Wenn du unten bist, hierher... Ja, dann hab ich auch noch, ich bin, hat der Kling. Ja, ich bin unten, aber ich hab grad ein Preiz-Hombie-Problem. Ja. Wenn du... Oh, ok. Die kommen runter, die kommen runter. Denken die, ich bin der Einzige? Ja, die ist glaub schon. Ich hab herausgefunden, wie ich schneller bin. Ich roll mich jetzt einfach hierher. Wow. Also wie gesagt, wenn du unten bist und dein Zombie-Problem gelöst hast, wär ich dir sehr verbunden, wenn du kurz auf den Eingang aufpasst. Aha. Für ein paar Minuten, damit wir... Willst du auch runterkommen, oder was? Ne, ne, ne. Ich glaube eher, dass die herkommen. Achso, ich glaub, die wollen mich looten. Die sind nach unten, die haben sich nach unten bewegt. Ok. Und die sehen niemand mehr an den Fenstern. Dann wärs eigentlich besser, wenn ich oben bleib, weil... Dann erwarten die mich da oben nicht und ich kann einen einfach Insta wegholen. Ja, einen. Ja, und der andere, was will der da machen? Ja, oder? Ja, wegrennen und dich snacken. Aber von unten kannst du die besser holen. Wenn... wenn der... Ich könnte auf so'n kleines Silo gehen. Ey! Wait, please! Hallo? Janos? Hallo Ben! Ich hab deine Stimme erkannt. Kannst du mir nachgefallen tun und mir grad mal den Arsch retten? Was soll... Was soll ich machen? Mir einfach ein paar Stöcke besorgen. Ja, ich geh grad in die Stadt. Guck mal, in der Zeit spiel ich weiter im Zug. Ja. Ich setze mich jetzt hier auf so'n kleines Silo, das direkt quasi gegenüber von der Leiter ist und wenn die da hochgehen, hol ich die einfach weg. Okay. Wenn der erste rein die Leiter geht, ja? Und ungefähr auf der Mitte ist, dann tötest du den, der unten ist. Und dann den auf der Leiter. Der auf der Leiter ist scheißegal. Den kann man die ganze Zeit umlegen. Ja, klar. Ich muss mich aber erstmal... Wow! Was? Ich wurde beschossen. Okay, die wissen doch, dass du da bist. Also mich können die auf jeden Fall nicht abschießen. Die sind auf dem anderen Linksgebäude. Auf dem anderen Factory-Gebäude. Okay. Verbind dich, du scheiß Wichser. Oh, ich blüte gar nicht. Ich bin froh, dass ich die Scheiße hier nicht aufnehme. Wow! Nein! Sag mir nicht! Okay. Der hat meine Weste getraut. Nein, deine Weste. Nein, nein. Ich dachte, er hat meinen Rucksack zerstört, wo mein ganzes Zeug drin ist. Boah, ohne Spaß hier die Position ist richtig genial. Ja, passt nur auf, dass die ich schon nicht sehen, ne? Nein, die können mich nicht sehen. Da ist ein Dach-Zwischer. Okay. Das ist voll genial hier. Der hätte mich höchstens kurz beim Hochgehen sehen können. Aber da die auf den Maurice geachtet haben und den hier noch beballert haben, heißt das... Wenn du mir noch was zu essen mitbringen könntest, wäre das super, Janosch. Ja, ich suche erstmal nach einer Machete. Oder einer Achse oder irgendwas. Ja. Du kannst die aber auch nicht sehen, wa? Nee. Ja, ich schon nicht mit dem Repeater, bist du verrückt? Ich hab keine Adler-Augen. Und wo haben die geschossen? Ich hätte natürlich auch versuchen können, nach oben zu krabbeln und mir das Zeug vom Janosch zu holen und mitzusnipen, aber ich bin scheiße im Snipen, also lassen wir das. Es gibt jetzt so viele Möglichkeiten von wo die aus geschossen haben, Ben. Ich... Ja, wobei... Aber es wäre ein perfekter Körpertreffer von denen. Was? Eigentlich ist es besser, wenn ich die in den Arsch frei halte, aber ich könnte natürlich auch genauso gut versuchen, die anzugreifen. Ich meine, im direkten Kampf müsste ich es besser mit der Repeater, die ist ein bisschen schneller. Und ich habe zwei Pistolen dabei. Nee, drei Pistolen. Ach ja, Ben, ich habe... Die anderen... Ja? Die anderen? Die anderen Hochreiser sehen clear aus, neben uns. Okay. Ben, ich habe dir übrigens deine Deringer mitgenommen. Super, immerhin etwas. Ja, weil die hat easy ins Inventage, was sie ist ja nicht so groß. Ja, ist egal, das ist schon mal... Wow. Jo. Die haben auf mich geschossen. Glaube ich. Okay, also... Hm... Schwer, schwer, schwer. Wo sind die? Also die Schüsse kann man hören. Das heißt, die sind nicht zu weit weg. Mhm. Kann man das Ferngas auch benutzen, wenn man um die Ecke guckt? Gute Frage. Ich kann es gerade für dich ausprobieren, das ist kein Problem. Danke. Lass mal die Waffe wegstecken. Scheiße, Janosch, ich hätte dir meinen Rucksack gelegt. Ich habe mir gerade keine Wahlen dafür. Stimmt. Du meinst so... So... Oh ne, warte da. So roll ich. Muss kurz mal aufstehen. Ah, ist ganz gut. Ah, im Ernst. Ja, wenn du willst halt. Musst du nicht... Nene, nicht... Ja, kann man. Also man kann so... Du meinst so, dass du da zur Seite legen, gell? So cool. Ich hätte dir auch einen Crowbar mitgeben können, Janosch. Ja. Wie blöd bin ich eigentlich? So, ich werde erstmal gucken, was ich noch alles dabei habe. Mein Leben fühlt sich ein bisschen auf. Ich muss jetzt nur mal gucken, ob man mich von der anderen Seite wegholen kann. Eigentlich nicht. Ah doch, dann ist noch ein Berg. Fuck. Jetzt kann ich nicht mal in dieses Haus rein, weil ich keine Treppen hochkomme. Ich habe eigentlich auch keinen Bock mich auszulocken irgendwie und so auf Pussy-Style wegzurennen. Nee. Dann sterben wir mit Erwe. Genau. Und du bist hier bei so einem roten Haus? Ich? Ja. Also im gelben. Im gelben. Ja. Dann komme ich gerade mal den Rucksack abholen, weil das ist echt nützlich. Ja. Also lasst euch nicht so viel Zeit. Das ist so ein kleiner Elektro-Turm. Medizin. 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 Wie gesagt, lasst euch nicht so viel Zeit. Dann sind jetzt ein Elektro. Oh. Ja. Ja, aber Niki, lasst euch nicht so viel Zeit. Ja, der Janus kann schnell zu euch, ne? Aber wenn der Janus schnell bei euch ist, brauche ich dann noch gut eine Stunde. Ja, 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 ja. Okay. Da kann ich nichts gegen sagen. Herr Ben, bist du wieder bei den Schienen? Noch nicht ganz. Oh, verdammt, diesen Portable-Gas-Teil. Ist ja dieser, äh, Turm. So ein kleiner, so ein, äh. Ja. Seh dich. Na da. Ja. So, jetzt die letzte. Den Shit, den ich drin hab, lass ich dir mal drin. Ja, ja. Da ist noch Zeug, äh, Waffen und so ein Shit. Warte, gib mir eventuell mal ne Rack. Ja. Ne, um 4 wär jetzt geil gewesen. Ach so Not. Oder der zackt bei mir in dem Rucksack nix an. Nicht? Ja. Immer noch nicht? Ah, jetzt. Cool. Ah, vielen Dank für die... ...Bras-Muckles. Ja, da hast du ein bisschen was immerhin. Ja, schon bis... Dann kannst du mit dem Burlap-Sack eventuell noch nen Rucksack bauen. Ich hab mir grad mal was zu füttern rein. Mhm. Ja, und Mittearm fängst zu heilen und so. Ja. Oh, verdammt. Das ist ja nicht immer ein Sniperbälle. Krabbel auch mal Richtung Stadt, Janusz. Jo. Vor allen Dingen, es ist noch nicht vorbei. Nee, nee, es ist nicht vorbei. Es ist ja tragisch. Oh. Warte auf was? Hab ich auch. Ja. Tito. Frash rat ich mal. Ja, alles neu. Aber scheiße, die sind jetzt auch wieder drauf. Nein. Die sind runter. Was ist hier grad passiert? Keine Ahnung. Ich würd sagen... Neufrash. Irgendwie in der Nacht wird alles nochmal gefrashed. Ein Loot. Neufrash. 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 Ja. Neufrash. 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 Oh verdammt war das gerade. Nervenaufreibend. Oh nicht was. Aber ich bin glücklich. Ich habe zwei Leute umgebracht. So was macht mich glücklich. Leute umbringen. Ja noch hab ich mittlerweile gesprochen. Typischer Amortläufer. Ja ja. Ja gut. Wenn ich muss bin, bin ich mal Amortläufer. Also ich bin jetzt nicht so gelbes Haus mit so einem rosa-rotem Dach. Ja. Sehr auf dem grünes Haus. Ich bin grade in der Schule. Okay. Naja, lass die Zeit. Ja, mach ich. mein herz hat sich mittlerweile wieder beruhigt als die tür aufgegangen ist da hab ich panik geschoben frag mich mal als du als du verreckt bist da hab ich panik geschoben als der typ der auf einmal vor mir rein kam ich hab das nicht erwartet dass er einfach so reingelaufen kommt ich habe die ersten paar sekunden nichts gemacht so die ersten zwei drei sekunden nichts gemacht dann habe ich angefangen zu schießen ich habe schon braucht sechs schüsse auf den abgeben von fünf treffer waren aber ich hab da zwei ist er glaube ich umgefallen nach zwei oder drei und da habe ich einfach noch mitten einfach noch in die leiche reingeballert ja das ist in ordnung das sollte man machen kommen wir so hindert freine ob es jetzt ob er wirklich tot war weiß ich nicht genau ich habe einfach noch reingeballert ich wollte auf nummer 6 gehen er kam jedenfalls nie wieder raus ja er ist auch einfach irgendwann despawned ok nee dass wenn da irgendwie an der leiter steht und das symbol wird nicht angezeigt dass ihr runter gehen könnt ja das habe ich gerade auf der schule klasse viel spaß beim symbol suchen kennt ihr das wenn ihr so inkompetent seid zum crouchen und es nicht schafft durch eine tür zu crouchen doch jetzt geht es aber guck mal da ist der weiße berg ja wenn ich glaube die schaffen das vor mir dann bevorstehen zum behinderten fahrradhelm auch weil typ hat mich zum schluss noch mal getroffen also oder es waren oben oft oben auf der schule doch ich habe schon mal ein paar stöcke eingepackt die herausforderung wurde angenommen ja von mir aus ich lute mich hier gemächlich durch das pferd raus jetzt kennst du jetzt kennst du ben findet selber stöcke das wäre was er findet irgendwie so eine machete und crouch zum busch und haut den busch um und hat stöcke ja das ist mir mal passiert irgendwie eine halbe stunde dreiviertel stunde rumgecroucht dann habe ich eine machete im supermarkt gefunden in novo ja bin zu einem busch hat den busch klein gehauen und kam ein zombie an ich dachte mir nur wollte mich verarschen da hat er mich noch gekillt mit einem schlag an conscious man danach bin ich verreckt ja das war richtig scheiße warte mal kurz ich trinke mal schnell was wenn man hier kann man hier ja dann trinke ich auch mal und schön als ich mein essen rausgepackt habe ich glaube ich bin auch so wenn der sich auch mal halb ins wasser lehnt beim trinken dein ping ist zwischen 53 1150 und 2625 du hast ein desing von 27 254 bei dir ja super ach da bist du ja weil das schwer doch die ganze zeit wieder zurück zurück inzwischen hier kein wunder dass wir schneller sind wie du ja ich krieg nichts gebacken wie im real life das war jetzt aber nicht nett ja du warst auch nicht nett niggi verdiene nein schön durch wasser und es regnet wow egal ich bin im haus und bis ich aus diesem haus raus bin dauert es eh noch eine stunde küsst du denn nicht durch die tür ich wollte eigentlich jetzt noch eine treppe hoch aber das geht auch nicht im ernst ja eigentlich schon schöne augen jetzt gleich jetzt gleich bin ich habe ich auch das wetter zu japan na ich gleich auch ich renne es gerade zur freiwilligstation in hoffnung eine axt zu finden oh dann könnte er schneller als es wieder sein na ja ich würde mich alle voll fertig machen ich wette ich wette gleich bist du mit sticks und allem auf dem weg zu mir ja und dann habe ich einfach nur so ein tsch und bin tot nein 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 du stirbst definitiv nicht nein nicht heute das ist jetzt nicht mehr erlaubt ich bin schon ein bisschen stolz auf mich dass ich hier nicht aufgegeben habe